Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video. Heute spielen wir Riverbond, weil ich mir einfach gedacht habe, schaue ich mir doch mal andere Games an und komme aus meiner Bubble mal raus. Deswegen drücken wir hier mal A. Was ist das? Also ihr seht gerade meine Ersteindrücke, weil ich habe das Spiel extra vorher noch nicht aufgemacht. Okay, es wirkt sehr abenteuerlich. Sprich mit Wind. Was ist das? Ich muss mich erstmal hier zurechtfinden. Was soll das? Kann ich mich drehen? Sei gegrüßt, mein Freund. Bitte sorge dich nicht wegen deines plötzlichen Erwachens. Den Schriften zufolge würden unsere raffinzenten Deswegen musst du zunächst zum Dorf der Zusammenkunft reisen und Okay, es ist quasi mehr so ein Storygame. Also wie gesagt, ich habe mir nichts dazu angeguckt. Ich habe es einfach mal gesehen bei Epic war kostenlos. Da dachte ich mir, ja komm, guckst du dir das mal an. Oh. Oh, der wirft weit. Ja. Schade. Okay. Ich bin irgendwie ein Donut. Und wir hoppen hier mal rein. Das ist quasi so ein Nether-Portal. Sammle Hühnereier. Okay. Ich soll Hühnereier sammeln. Da ist ein Hühnereier. Okay. Ich muss sieben Hühnereier. Oha. Ich muss instant hier was töten. What the fuck? Okay, die sind aber alle friedlich hier. Ich bin so schlecht. Warum sind hier so viele davon? Zack. Du schon wieder. Verfolgst du mich etwa? Oh, verstehe schon. Du liebst mich gar nicht wirklich. Du liebst nur mein Bombenmädchen-Stil. Na gut. Okay. Du darfst meinen Bomben ausprobieren. Nur dieses eine Mal. Aber pass gut auf sie auf. Natürlich nur, bis die Knallbohm in die Luft fliegen. Danach war es das für dich. Okay. Ich weiß nicht, was der von mir wollte. Oha. Die kommen ins Wasser. Was ist das für ein Game? Junge, wie hoch springt das Huhn? Wie komme ich hier hoch? Ach, da ist eine Leiter. Perfekt. Habe ich natürlich gesehen. Ich wollte es nur ein bisschen spannender machen. Was ist das? Ich muss hier hoch. Das hat echt einen krassen Minecraft-Stil. Also könnte auch so Minecraft-Dungeons oder so sein. Nur habe ich das auch nie gespielt. Los, geh hoch. Wie komme ich da rüber? Die haben auch so einen Cooldown quasi. Die können nicht die ganze Zeit kämpfen. Ist das Dynamit? Attacke. Haha. Ich hacke alles in die Luft hier. Weg damit. Ich sollte vielleicht nur einen Trank nehmen. Zerstöre Krebsnester. Boah, die Armen. Okay, mein Gott. Ah. Okay, der geht sich vergraben. Richtig so. Was für ein kleiner Flachwixer. Ja, so zerstört man also Krebsnester, ne? Man macht einfach den hier. Oh, ein Oktopus-Stock. Juhu. Oha. Was war das denn? Oh nein. Oh mein Gott. Hahaha. Okay. Die Krebse. Sie sind überall. Ich versuche eine Hütte zu bauen, aber die Krebse reißen sie immer wieder ein. Ja, okay. Wo waren jetzt nochmal zu viele? Also, könntest du mir vielleicht nochmal erläutern. Weil das habe ich glaube ich noch nicht so ganz verstanden. Wo ist das letzte Krebsnest? So, jetzt haben wir es nämlich geschafft. Und jetzt haben wir ein neues Portal. Jetzt müssen wir die nächste Quest machen. Also, es besteht dieses Spiel jetzt nicht, oder was? Also, es ist eine minimale Story. Du hast Aufgaben, aber du switchst die ganze Zeit die Welt. Du musst irgendwelche Leute töten. Und das war's. Ich... Yo, ich bin Mobs. Ich kann das ändern. Jetzt bin ich ein Mobs. Vor allem, was für Riesenviecher das sind. Oh mein Gott. Ah. Okay, jetzt wird es kritischer. Jetzt wird es kritischer. Okay. Dafür habe ich jetzt keinen Trank bekommen. Will er mich angreifen? Oh ja, er will mich angreifen. Okay, da kommt wieder so ein Riesenvogel. Ah. Okay, es ist jetzt sehr kritisch geworden, muss ich sagen. Okay, dahinten ist schon wieder ein neues Portal. Arg, was ist das für ein Lärm da draußen? Papageien? Was führen die nur im Schilde? Ich will doch nur eine seriöse Saftbar betreiben. Solange die ihr Heckmeck da bei den Docks veranstaltet und nicht hier bei uns anständig saftschlürfenden Leuten... Was? Vielleicht kann ich auch einfach kein Deutsch. Rettet die Dorfbewohner? Du kleiner Spasti. Oh mein Gott. Er möchte gerettet werden, oder was? Ich habe es ihnen gesagt. Ich habe allen gesagt, dass das passiert ist. Sie haben alle Arbeiter außer mir eingesperrt. Okay. Wasser gibt es Haue. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Nein, ich bin tot. Oh shit. Okay, das ist wirklich nichts Schlimmes offensichtlich. Das bringt mir halt keine Nachteile so, ne? Das setzt mich halt einfach nur ein bisschen zurück, das war's. Ey, ich kriege dieses Drecksviech nicht gesch... Jetzt bin ich da drin gefangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist irgendwie dumm. Bam. Ah, okay, es sind noch Gegner. Okay, hier sind noch Gegner. Hier sind noch Gegner. Oh mein Gott, ich sehe doch nichts hier. Mann. Der Mobs, der euch rettet. So. Wo ist der letzte Bewohner? Oh mein Gott, Hilfe. Es wackelt viel zu sehr. Wo ist der letzte Dorfbewohner? Verdammt, habe ich den irgendwo übersehen? Alle Dorfbewohner gerettet. Nein, ist wieder ein Portal. Da müssen wir hin. Hilfe. Hilfe. Hup. Was? Der sieht ja voll lustig aus. Oh nein, da ist ein gigantischer Hai. Gigantische Haie sind gefährlich. Er sieht nicht nur hungrig aus. Er sieht... Ah. Ich kann das nicht lesen. Er sieht nicht nur hungrig aus. Er sieht auch... Alter, willst du mich verarschen hier? Raus hier. Oh nein. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Okay, ich bin tot. Ich bin schon wieder tot. Was ist das? Ich habe Zeitbonus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zählt mal bitte, wie oft ich sterbe in den Kommentaren. Hilfe. Alter, warum hat der so viel Kraft? Was ist das? Wie soll man denn da nicht sterben können? Hilfe. Auf jeden Fall hat er schon mal als ordentlich Punkte verloren. Als ob ich schon wieder tot bin. Was ein dämlicher Arsch. Aua. Ich muss doch irgendwie gegen ihn kämpfen. Was ist das? Der springt einfach einzeln auf mich drauf. Okay, da muss ich ja ausweichen, glaube ich. Dann schaffe ich es. Was ist das? Was ist das für ein Game? Alter, was ist das? Das wäre schwerer als der Enderdrache. Ich hasse es. Ich hasse dieses Game. Was ist das denn? Ey, die habe ich schon vorher angegriffen. Was ist das? Aua. Das war die Pfanne. Ey, wie oft haut der drauf? Ey, so oft bin ich in so einem Game ja noch nie gestorben. Ich bin noch nie so oft in so einem Videospiel gestorben. Aua. Aua. Oh mein Gott. Er ist endlich tot. Okay. Zu. Ich habe es geschafft. Der Mobs ist der König. Ich sage es euch. Der Mobs ist der König. Ich habe es geschafft. Alter, das wäre eine Geburt. Ach so, jetzt kann ich denen das nächste machen. Okay. Ja komm, wir machen nur eine Sache unterm... Ich habe eine Banane gefunden. Das sind diese miesen Schweine. Die mache ich fertig. Und ein Geschenk. Oh, danke schön. Als ob ich daran jetzt gestorben bin. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Okay. Jetzt geht ein bisschen Action. Ich bin die Holly. Und es ist voll schräg. Die Feste dieser Säue. Sie steht uns im Weg. Ich habe auf einer... Ah, ja, ja. Ich kann das nicht zu Ende lesen. Du bist auf einer Reise. Da war ich entzückt. Reiß all die Mauern nieder. Gib uns die Hoffnung zurück. Okay. Okay, okay, okay. Ich muss gerade schon kämpfen. Also, sorry. Ich spreche wieder mit ihr weiter. Elisabeth oder wie du hießt. Gegnerische Befestigung. 100. Ich reiß es nieder. Junge, wie viel ist denn hier? Was haben die hier gemacht, die Schweine? Nächste Mission. Das ist ja spannend. Komm. Mops. Komm. Schnell ins Portal. Rette Gefangene. Okay, jetzt wird es spannend und düster. Was machst du hier? Ich bin dir nicht hierher gefolgt. Ich habe mich nicht heimlich in dich verliebt. Die hier? Das sind nur ein paar Bomben, die ich gemacht und genau dort hingelegt habe, wo du sie brauchst. Die habe ich ganz sicher nicht irgendeines für dich. Alter, ich werde schon wieder attackiert, während ich mit einem hier rede. Ich bin tot. Rostige Klinge. Das klingt doch. Perfekt. Ah. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Oh mein Gott. Ich werde hier sowas von verrecken. Was war das denn? Okay. Wie komme ich jetzt am besten aus dieser Situation raus? Ich renne. Run. Rennen. 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 Hi. Der Witzker. Alter. Wie... Was ist das? Ich bin schon wieder tot. Okay, noch ein Gefangener. Noch ein Gefangener. Die Kanonen mache ich aber trotzdem noch fertig. Und der letzte. Und der letzte. Nice. Wir haben es geschafft. Das war meine Antwort darauf. Besiege Longorus Maximus. Oh Gott. Das hört sich nicht gesund an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich habe nicht mehr voll live. Oh nein. Jetzt kommt wieder so ein Riesenviech. Und... Oh mein Gott. Perfekt. Ich wurde schon von einem Nebengegner getötet. Ich kann den nicht schlagen, wenn der mich so vorsteht. Was ist das denn? Ey, das ist doch... Was ist das für ein Gegner? Ey, was... Wie viel Schaden macht der denn? Alter. Hilfe. Der kann es eben schon zerquetschen. Alter, ich fasse es nicht. Ey, was ist das? Okay. Okay, okay, okay. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich habe es so langsam raus. Oder auch nicht. Perfekt. Oh mein Gott. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh shit. Junge, ich kriege ständig den Sturmschlag bei dem. Der schläft gerade. Der schläft gerade. Nein, der schläft noch nicht mehr. Alter, was ist das für eine Armee? Lass mich doch mal eine... Mehrfachattacke machen. Was soll das? Ha, ha, ha. Ha, ha. Ach komm. Den hättest du dich doch machen lassen können. Komm, schau, komm, schau, komm, schau. Nein, 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 nein. Ach, fickt euch doch ins Knie, Alter. Was ist das denn? So, jetzt aber. Letztes Mal. Los, 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 los. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Jawohl. Den haben wir. Perfekt. Oh mein Gott, Alter, wie viele Points. Nice one. Ich bin zum zweiten Mal der König. Wenn euch dieses einzigartige Video auf meinem Kanal gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da oben da. Schreibt es in die Kommentare, wenn ich sonst mal irgendwas für ein Video spielen soll oder sowas. Ist ein lustiges Spiel, aber sind halt nicht viele Level dabei. Wir haben, glaube ich, jetzt schon Viertel durch oder sowas. Aber war lustig mal zu spielen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.